ich habe was bekommen das ist jetzt keine kopie von ich habe post von der jurassic ich möchte euch nur zeigen weil das hier bedeutet mir schon etwas und was ist es ich habe schon aufgemacht jetzt raus geht so sekunde machen wir es so das geheimes und den blauen berg ich habe nie richtig diesen filmen gesehen können ich habe auch nicht mal eine aufnahme davon auch wenn die im fernsehen war aber die aufnahmen wurden meistens verbummelt ich habe endlich die dvd die ganzen sprecher und jetzt kann ich mal die ganzen charaktere hören gefährliche messer und wieder ins spiel ich habe keine schere gefunden nicht damit rumspielen kleine kinder das ist nicht gut wie sieht die cd aus so also sieht aber sehr interessant aus sehr kompakt sieht das aus und ich werde den jetzt gleich gucken ja bin sehr zufrieden ja und ja schön